Violetta, deine Zeit ist jetzt. Sobald der Chor einsetzt, machen wir... Y vuelvo a despertar. Schlag und Schlag. Y vuelvo a despertar. Arme hoch, Arme runter. Und dann mache ich eine Schwimmbewegung und schiebe die Hand weg. Dann zeige ich in diese Richtung, mit der anderen Hand zeige ich aufs Publikum, dabei bewege ich die Knie. Dann mache ich Tu. Okay? Nach dem Tu machen wir eine Drehung. Drehung, Schritt, Drehung, Schritt, Drehung, Stehen. Okay? Jetzt kommt ein Schritt, den ich besonders mag. Fiesta, Fiesta. Und die Fiesta ist vorbei. Passt auf, so geht's weiter. Also, ich wische, wische und das war's. Nun treten wir nach vorne, nach hinten und Seitenwechsel. Nach vorne, nach hinten und Seitenwechsel. Streifschritt, Streifschritt, stehen und noch einmal. Ich wische mit der einen Hand und jetzt mit der anderen. Und auf geht's. Ellbogen nach oben, Arme runter. Und jetzt machen wir wieder den Streifschritt und noch einmal. Drehung, ich laufe, ich laufe, Schritt nach vorne, Wechsel. Ich mache eine Drehung und Endposition. Scheint schwer zu sein, aber Übung macht den Meister. Mal sehen, wie es mit Musik funktioniert. Musik maestro. Musik maestro. Musik maestro. Untertitelung des ZDF für funk, 2017